Es ist kurz vor dem Wochenende. Der DAX hat nicht mehr so arg viel zu Verhauptstücken heute, hat sich allerdings ganz tapfer geschlagen. Er hat ja gar nicht so schlecht begonnen, hat den Tag dann auch weiter positiv noch nach vorne gebracht, auch wenn das im Verhältnis zu dem, was wir in den Vortagen noch gesehen haben, nicht ganz so dramatisch war. Aber ihr seht schon, wenn wir hier mal so ein bisschen gucken, die Aufwärtsbewegung, die wir ja schon angefangen hatten am 19. jetzt hier ab dem Tief, die hat sich auch weiter nochmal erstmal bestätigt. Allerdings läuft sie so ein bisschen aus. Ich will jetzt nicht zu sehr da ins Detail gehen und sagen, ja, so wird es jetzt sein. Aber ein wenig hat man den Eindruck, na, das dauert mir zu lange, das müssen wir nochmal zeichnen hier. Ein bisschen hat man den Eindruck, das ist so ein bisschen 1, 2, 3, 4, vielleicht eine 5. Wenn es jetzt wackelig käme, wäre super. Vor dem Wochenende beim DAX natürlich nicht mehr wirklich zu erwarten. Der Einfluss aus Amerika wird es dann richten, wie es dann nach dem Wochenende weitergeht. Das sehen wir dann nochmal natürlich. Aber schauen wir mal direkt nach Amerika rüber. Da ist das generelle Bild tatsächlich auch positiv. Selbst die Blue Chips, selbst der Dow Jones hier im Future, seht ihr das aktuell weiter noch auf der Oberseite. Es hat sich ja so ein bisschen ergeben im Sinne einer 1, 2, 3, hier die Seitwärtskorrektur, jetzt nochmal das Ding. Aber auch hier theoretisch eigentlich jetzt ideal wäre das. Leider kriegen wir nicht immer das, was ideal ist. Aber wenn wir so etwas in dieser Art bekämen, wäre das ein wunderbares Zeichen. Jetzt geht es endlich weiter. Und die Pause, die hier vielleicht für den einen oder anderen doch länger gedauert hat oder komischer, umfangreicher hier war, die ist dann wohl tatsächlich vorläufig beendet, weil dann eben so eine typische Fortsetzung eben stattfinden sollte. Aber ich will den Tag nicht vor dem Abend loben. Wir haben hier relativ steil runter, wir hatten hier recht steil hoch, wir hatten steil runter, jetzt sind wir wieder steil hoch. Es ist schon wichtig, dass irgendwann mal was Schwaches kommt. Erst dann, wenn was Schwaches kommt, dann kann man wieder sagen, ah, ich bin wieder back on track. So lange ist es ein ewiges Hin- und Hergeschiebe. Wer jetzt die Hosen anhat im Markt, in der jüngsten Zeit sind es jetzt die Bullen. Wenn die bärische Seite schwache Avancen zeigt, dann wäre das eben tatsächlich dann der Ansatz. Denkt aber immer dran, euch triggern zu lassen oder irgendwie eine Bestätigung. Nicht einfach blind links, oh, wird schon, sondern immer noch mal sich das Ganze zeigen lassen. Wechseln wir mal auf den Nasdaq, hier der Future NQ, dann sehen wir, dass wir hier noch in einem möglichen Korrektivmuster hin und her laufen. Und je weiter wir jetzt hier nach oben rausgehen, desto mehr committen sich natürlich die Käufer auch und sagen, ja, könnte natürlich runtergehen, aber wollen wir einfach nicht. Und bis jetzt sehe ich zumindest noch mal keine Stärke auf der Abwärtsseite mehr. Die hat sich jetzt vorläufig erst mal ergeben. Jetzt im Moment hier im 4-Stunden-Chart sehen wir das oder hier im 5-Minuten-Chart ist ja die Aufwärtsbewegung nun mal ganz klar die starke. Jetzt wird sich vielleicht noch ein bisschen zeigen, ist das noch mal eine Korrektur, eine kleine Schnaufpause. Also analog zu dem, was ich eben gezeichnet habe, dass man sagt, hier vorne wurde gepausiert, hier wurde pausiert, einer geht noch. Das wäre eigentlich so dieses klassische Bild. Ich mag es ja immer besonders schön, am liebsten. Wer mag das nicht? Aber das wäre so dieses klassische Bild, wenn es denn tatsächlich so käme. Das alleine ist natürlich kein Indiz, ja, der muss jetzt steigen, sonst sieht es nicht schön aus. Es muss ja nicht unbedingt schön sein. Wenn er das aber macht, dann würde das so augenfällig sein, dass man dann sagen kann, ah, okay, jetzt erkenne ich auch wieder, wo wir da stehen. Und dann brauchen wir doch nur noch wieder die Korrektur, um dann entsprechend hier dann in den Markt reinzukommen. Also dann hier die Aufwärtsbewegung eben in die Fortführung dazu bringen. Also ihr seht, das Ganze ist ja ein bisschen noch in der Warteschleife, ob das jetzt hier tatsächlich so kommt. Aber man kann nicht wirklich sagen, dass jetzt die bärische Seite schon sicher entschieden ist. Wann wäre jetzt hier die bärische Seite doch wieder zu favorisieren? Weil es ist ja ein ewiges Hin und Her. Leg dich doch mal fest. Nein, werde ich nicht machen. Ich bin Händler. Ich lege mich nie fest. Ich nehme jede Strömung mit. Und wenn der Gast im Restaurant sagt, ach nee, ich nehme doch das Schnitzel jetzt. Ja gut, dann kriegt er halt das Schnitzel. Solange er sich umentscheidet, kriegt er das geliefert, was er eben haben will. Im Moment wäre das bärische Bild ja im Prinzip diese Geschichte, um das nochmal fortzusetzen. Dafür bräuchten wir aber, anders als von mir hier, als Gedankenmodell angebracht, nicht irgendwie ABC oder Korrektiv runter, sondern müsste es dann ja wieder schubmäßig nach unten und wieder wackelig nach oben gehen. Ihr seht also eigentlich immer nur genau diesen Wechsel, den wir da eigentlich im Auge behalten müssen. Welche Seite macht er denn jetzt nun mal stark und welche Seite macht er schwach? Ich finde es sehr wichtig, beides im Auge zu behalten. Nicht nur die starke Seite, sondern auch die schwache, denn die unterstützt das Bild, nämlich dieser Drehrichtung ungemein. Also damit haben wir die Indizes eigentlich schon komplett abgefrühstückt. Vielleicht nochmal einen Blick auf die Bitcoins, weil so viele danach fragen und sagen, hey, wie sieht es denn da jetzt mit aus? Wir haben ja da immer mal wieder auch das übergeordnete, längerfristige Bild uns mal angeguckt. Ja, tatsächlich, aktuell hat sich ja wieder erholt. Wollen wir mal nicht maulig sein? Die 30.000 hat ja dann letztlich in irgendeiner Form doch gehalten. Jetzt sind wir ja schon wieder bei 40. Also Volatilität im ganz großen Stil. Aber schaut es euch an. Das ist hier im Stundenchart. Einfach, dass man so ein bisschen genauer guckt. Oder wir können auch im 15-Minuten-Chart. Das ist das Tief. Das ist dieses Tief. Entscheidet ihr. Ist das jetzt richtig geile Stärke? Und wir sind wieder zurück. Oder ist das auch eher noch eine Geschichte, die nicht wirklich von Kraft strotzt? Denkt immer dran. Die Richtung ist klar. Von hier bis zum aktuellen oder bis zum vermeintlich höchsten Punkt. Wenn das der höchste Punkt ist, haben wir bis jetzt nur eine A, B, C. Und auch hier seht ihr. Da seht ihr mal, wie schön Schartechnik sein kann. Wenn das die starke Seite ist, das ist offensichtlich die wackelige. Müsste sich das irgendwie fortsetzen. Gerne 1 zu 1. Ja gut, das hat jetzt hier nicht geklappt. Aber zumindest mal richtungsmäßig lag man schon mal nicht so schlecht. Bei der Geschichte wäre aber dreiwellig. Und wir wissen, dreiwellig ist Gegenbewegung. Und selbst wenn man so, naja gut, aber es kann ja noch ein bisschen weiter nach oben gehen. Ja, das kann sein. Aber wenn es noch weiter nach oben geht, dann haben wir doch sehr, sehr viele, ich sage mal sowas wie Kursüberschneidungen, wo ich dann auch sage, das ist also der neue geile Scheiß, der Verkaufen anlegen, ich weiß es nicht, entscheidet ihr. Und sowas hier macht natürlich nicht wirklich Mut, wenn man zwischendurch solche Bewegungen hat. Jetzt jüngst seit dem letzten Hoch war ja doch eher die Abwärtsseite durchaus stark, während die Aufwärtsseite zwar umfangreich war, umfangreicher als ich das normal auch gerne habe, sage ich ganz ehrlich, aber zumindest mal schwächer als die Abwärtsseite. Also ich glaube nicht, dass wir schon sicher davon ausgehen können, dass bei Bitcoins das letzte Gefecht schon geliefert wurde auf der bärischen Seite. Ich kann mir vorstellen, dass sogar noch mal die 30.000 ins Kalkül hier kommt. Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden. Vielleicht schauen wir uns das noch mal im großen Bild irgendwann an. Aber das ist vielleicht dann eher was fürs Wochenende. Also in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt erst mal bis dahin noch mal ein paar tolle Handelsstunden, ein bisschen Spaß an den Märkten. Viel Erfolg natürlich bei der eigenen Auswahl. Denkt dran, nächste Woche Montag ist zumindest mal Feiertag. Das heißt, alles ein bisschen eingeschränkt. Amerika betrifft das natürlich nicht, keine Sorge. Aber nur, dass ihr wisst, da bitte jetzt nicht dann mit vollem Programm rechnen, sondern gegebenenfalls mindestens mal eingeschränkt. So, also in diesem Sinn, euch erstmal alles Gute, liebe Grüße und bis dann.